F*** F*** Mein Flug geht in ner verfickten Stunde schon, Alter Nein, 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 nein Ich hasse fliegen Man ist auf tausend dinger angewiesen und muss pünktlich sein und ich kann nicht pünktlich sein Ab gehts nach Berlin flieg ich glaube ich Ich bin in Berlin gelandet und zwar fragt ihr euch bestimmt, warum ist Luca nach Berlin geflogen? Ihr kennt ja wahrscheinlich das Mobile Game Angry Birds und zwar bringt Sony jetzt auch zu dem Spiel Angry Birds noch einen Kinofilm raus. Spitzel, Sony. Wow, der See des Wissens des mächtigen Adlers. Nicht in seinen Mund spucken. Ich darf nicht zurückspucken. Oh Mann. Furchtbare Wendung der Ereignisse. Furchtbar. Das Beste ist, Sony hat mich gefragt, ob ich Lust hätte eine Synchronrolle einzunehmen, also quasi zu sprechen wie ein Vogel. Und ich bin dann ein Vogel. Ich bin eh schon ein Vogel. Freut ihr euch auf den Angry Birds Film? Wir auch. Freut ihr euch auf den Angry Birds Film? Freut ihr euch? Zack. Freut ihr euch? Freut ihr euch auf den Angry Birds? Ich freu mich drauf. Ich freu mich drauf. Freu dich auf den Film. Bald im Kino. 12.5. Äh... Du auch? Wir sind angekommen im Synchronisationsstudio. Ich sehe hier, guck mal, hier wurde Star Trek gemacht. Hier wurde Kung Fu Panda synchronisiert. Hier wurde... So sieht das hier auf jeden Fall aus. Ich gehe jetzt hier ins Synchronisationsstudio rein. Und... Stelle mich jetzt quasi hier hinter das Mikrofon. Und werde jetzt... Sprechen. Gott ist die Kamera schwer, Alter. Also quasi der Typ sagt ja auf Englisch, This is crazy, oder so, ne? Genau. Ey, das ist ja Wahnsinn. Cool. Kumpel. Du, wie heißt du? Hä? Du stehst doch auf schräge Sachen, oder? Naja, mal überlegen. Ja, ja. Prost egal. Ab mit ihm. Oh, der Typ ist gut. Wow, 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 wow! Er schafft es! Das ist ja unglaublich! Das geht in die Geschichte ein. Nein, er kommt zurück. Er kommt zurück! Uiuiui! Du kannst! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Äh, haben wir gewonnen? Äh, nein, noch nicht ganz, Kumpel. Steht noch unentschieden. Hey, holt jemand einen Eisbeutel für Helm? Wir sind jetzt fertig mit den Synchronisationsarbeiten. Ich habe jetzt ein bisschen was gelabert. Was genau das sein wird, erfahrt ihr am 12.05. Und wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Ich sehe hier gerade, was da läuft. Aber ihr dürft das noch nicht sehen. Ich bin jetzt wieder draußen. Wir laufen jetzt gerade zum Auto. Das war nice. Ich fliege jetzt zurück nach Hause. Hallo, ich bin gerade wieder zu Hause ange... Alter, das Fisheye flasht mich gerade richtig. Ich nutze das ja nie so wirklich. Ich komme gerade überhaupt nicht auf dieses Fisheye klar. Ist ja unfassbar. Ich wollte jetzt nur nochmal so einen Abschluss machen, weil ich wirklich im Flieger eingepennt bin und danach auch total fertig war und nicht mehr wusste, was ich noch sagen sollte. Ich musste das ganze Video als Werbevideo kennzeichnen. Das seht ihr halt die ganze Zeit oben eingeblendet, weil ich halt nur wegen der Angry Birds Sache nach Berlin geflogen bin und ich auch den Trailer gezeigt habe und so. Deswegen ist es einfach eine rechtliche Sache. Ihr findet weitere Infos bezüglich Trailer, Kinostart etc. nochmal unten in der Beschreibung aufgelistet, genauso wie meine Netzwerke etc. Die Premiere von dem Film ist am 1. Mai in Berlin. Da werde ich auch mit am Start sein in irgendeinem Kino. Wenn ihr googelt, findet ihr das bestimmt. Da könnt ihr mich vielleicht sogar treffen. Ich freue mich auf jeden Fall schon ultra auf den Film, weil ich ja quasi so ein kleiner Teil davon bin, weil ich ja dieser Hell bin und ja. Gut, wenn euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Haut rein, warte ich mach jetzt. Ciao. Ah ne, warte. Ciao. Tschüss.